So, wir sind jetzt heute in Baron Reilers Wohnung. Hier ist ein Erwart, der sprüht die ganze Zeit mit irgendeinem Zeug. Das geht ja nicht, wenn es mich guckt. Das hier ist White Boy. Der will hier auf jeden Fall gerade die ganzen Obstfliegen umbringen und dabei sie mit den Fliegenflächen nicht umbringen können, machen wir es halt mit Feuer. Ich finde sie gerade die ganze Zeit Fliegen in den Kümmer, aber naja. Das wollte ich auch noch warten. Sein leidenschaftlicher Beruf ist immer noch Bestatter. Ja, er will später hier die ganzen Toten dann verbrennen. Verstehen Sie? Die Jugendverbrennen. Vielleicht klopfen wir wahrscheinlich die Nacht und fragen, dass das eine Scheiße ist und sagen wir einfach nur, wir haben heute mit Obstfliegen umbringen. Hey, guck mal. Hey, hier an der Tür. In der Tür sind wir hoffenweise. Tja, so bringt man Fliegen um. Ja, das ist die feine englische. Nein, das ist die feine deutsche Art. Ja. Ja, das ist die Fliegenfläche. Nee, wegkommt nicht. Diese kleinen Kümmer, die muss man auch mal da unten bringen. Das ist die falsche Seite, du... Äh... Das hat man nicht gesehen, aber egal. Ich hab die gesehen, das reicht. Na gut. Das war's vom Fliegenmord. Die Partien sind noch übrig, also die wird dann gleich erledigen. Das war's halt hier vom Fliegenmord mit White Boy und dem Kameramann Baron Rider. Ist jetzt gut. Vielen Dank.